Am 10. April wurde das Finale des diesjährigen Drombo Cup ausgetragen. Die 40. Auflage des Turniers fand in der Charlottenburger Sporthalle statt. Für das Finale mussten sich die Teams in mehreren Vorrunden qualifizieren. Sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen wurden nun die Siegermannschaften ermittelt. Der Drombo Cup ist Europas größtes Fußballturnier für Grundschüler. Teilnehmen können nur Kinder bis zur 6. Klassenstufe. Bei der Traditionsveranstaltung liefen schon viele Talente wie Arne Friedrich, Thomas Hessler oder die Boateng-Brüder auf. Insgesamt gingen in diesem Jahr 354 Berliner Schulmannschaften an den Start.